Olimpia oder Netflix? Netflix. Morgenmensch oder Nachtäuge? Ähm, Nachtäuge. Defensiv oder offensiv? Offensiv. Links oder Rechtsfuß? Linksfuß. Podcast oder Playlist? Playlist. Hip-Hop oder Schlager? Hip-Hop. Pizza oder Pasta? Ähm, Pizza. Lauftraining oder Kraftdrehung? Kraftdrehung, Kraftdrehung. Instagram oder TikTok? Instagram. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Dreierkette oder Viererkette? Satre, der entscheidet halt. Ronaldo oder Messi? Ähm, Ronaldo. Winter- oder Sommerurlaub? Sommerurlaub. Singen oder Tanzen? Beides nicht, aber wenn, dann singen. Fünf gegen zwei oder Torschustraining? Torschustraining. Zeitreise, Vergangenheit oder Zukunft? Vergangenheit. Kochen oder Bekochtwerden? Bekochtwerden. Spiderman oder Batman? Spiderman. Kaffee oder Tee? Tee. Kino oder Couch? Couch. Ski oder Snowboard? Ski. Vielen Dank. Bitchet. Untertitelung. BR 2018